Hiplock in geschlossener Kette. Ihr kniet auf einem Kissen, vor allem wenn eure Knie ein bisschen sensitiv sind. Beide Füße sind an der Wand. Startet mitten im Stab, der gibt euch ein bisschen Stabilität. Rippen nach unten ab, mein Becken ist aufgerichtet. Ihr habt den Bauch angespannt und das Gesäß. Und dann macht ihr fünf große Kreise mit der freien Hüfte nach vorne auf eine leichte Erhöhung. Die andere Seite bleibt fest an der Wand, also der Fuß schiebt die ganze Zeit fest gegen die Wand. Die Steigerung wäre dann, den Stab wegzulassen, aber nur unter der Voraussetzung, dass ihr genauso stabil bleibt wie mit dem Stab. Also auch Bauch und Gesäß bleiben angespannt. Der Fuß schiebt nach wie vor fest gegen die Wand. Es geht darum, die eine Seite inklusive dem Fuß an der Wand und dem Becken stabil zu halten, während sich die andere Seite der Hüfte frei bewegt. Und dann geht es um die Wand.